Gelast, wir fangen an mit Tegelattacken. Kikugi! Gut gemacht, Gelast. Jetzt Rasierblatt. Kikugi! 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 Irre, sein Gelast ist wahnsinnig schnell. Das gefällt mir ja. Kikugi, zurück! Kikugi! Gelast, oui, oui. Dein Gelast ist absolute Spitzenklasse. Das kann man wohl sagen. Junge, war das schnell. Ich denke, sie hat es nur mal angetestet. Pega? So, Esch, und jetzt wird das ernst. Du bist dran. Oh, Aubake, auch ein Gelast. Pega? Oh, das verspricht interessant zu werden. Dann wollen wir mal etwas an Geschwindigkeit zulegen. Tegel, los! Das ist schnell. Aber nicht schnell genug. Pega? 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 Gelast hat es nicht einmal berührt? Das andere Gelast hat sich bewegt? Wenn ihr Gelast so schnell ausweichen kann, dann musst du aufpassen. Gelast, jetzt noch einmal Tackle-Attacke. Los! Pega? Pega? Die Kraft von Gelast ist erschöpft. Versuch es abzuschöpfen. Jetzt Tackle-Attacke. Nein, Gelast! Ich glaube, das Gelast von Esch kann nicht mehr weiterkämpfen. Kein Wunder, Sylvanas Gelast ist wahnsinnig stark. Gelast, zurück! Das hast du toll gemacht. Sylvanas Gelast bewegte sich kaum und wenn doch, war es irrsinnig schnell. Und trotzdem würde ich sagen, dass es noch viel schneller war als Eschs Gelast. Jetzt werde ich es ihr zeigen. Glaub mir, Sylvanas, unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Ich weiß. Oh nein. Ja, vergiss!